Gude meine Hopfennasen! Heute haben wir ein Weinstephaner Kristallweißbier, damit haben wir es auch alle durch. Oh, gut sein! Schön! Bisschen hopfiger gefühlt als das normale Hefeweizen. Kommt von der Tiefe, von der Intensität nicht an das Bock oder an das Graubeer ran. Aber sehr lecker, wer mal Hefeweizen will, ohne zu viel Hefearomen oder sonst irgendwas. Geil! Sorry, aber geil! Gude!